hallo liebe sportfreunde ich habe ab sofort eine eigene youtube channel das hat mir den selber kameramann eingerichtet da ich viele filme habe und zurzeit und auf den alten channel sollte bisschen sortiert werden alles dann habe ich eigene seite bekommen der heißt sherry power ihr könnt demnächst meine filme doch dieser channel sehen und abonnieren vielen dank bis zum nächsten und